Katze Beate ist zwei Jahre alt und wurde im Dezember 2015 in Kassel Bad Wilhelmshöhe gefunden. Seither lebt sie im Kasseler Tierheim Waumau-Insel. Beate ist ganz Katze. Sie ist umgänglich, verspielt, braucht viel Zuwendung, kann aber auch schnell mal ernst werden. Besonders zu beachten ist, dass sie leider herzkrank ist und daher viel Pflege und sogar Medikamente braucht. Über liebevolle neue Besitzer, die sich um sie kümmern, würde sie sich sehr freuen. Mischling Max wurde im Februar aus einem Partner-Tierheim in Rumänien übernommen. Dort hat er schon seit 2012 gelebt und sucht jetzt hier ein Zuhause bei Menschen, die sich um ihn kümmern. Am besten in ländlicher und ruhiger Umgebung, denn der Rüde ist noch etwas schüchtern. Auch Kleinkinder sollten nicht da sein. Das gleiche gilt für Mischlingshündin Tascha. Sie kam zusammen mit Max nach Kassel und lebte schon seit 2011 in dem Tierheim in Rumänien. Sie ist sehr, sehr schüchtern und braucht einfühlsame neue Besitzer und ein besonders weiches Körbchen. Beide Hunde werden dieses Jahr sieben Jahre alt. Beide Hunde werden dieses Jahr sieben Jahre alt. Beide Hunde werden dieses Jahr sieben Agora. Beide Hunde ist Bäume. Keine Körbchen. Kleine Kölbchen.